Interessante Einblicke und wirklich ein gutes Event. Die Lösung besteht aus der Werkzeugmaschine, den Technologiebausteinen, die dazu notwendig sind, der Automationszelle. Das ist auch unser Ansatz, dass wir vermehrt über die Werkzeugmaschine, über Dienstleistung, über Technologie, über Automation dem Kunde ein Gesamtpaket henträumen können. Über den Service, ganz wichtiger Baustein. Wir können ja jetzt die neue H-Baureihe betrachten. Für unsere größeren Bauteile genau ideal. Qualität passt wirklich sehr gut. Wir können schneller produzieren. Da würden wir natürlich den Prozess auch straffen, weil das Teil dann direkt fertig ist. Warum Hackert? Gute Frage. Für uns der perfekte Partner. Wir haben einfach eine sehr hohe Eigenfertigungstiefe mit einer sehr hohen Varianz. Hackert Maschine ist für uns eigentlich die Universalmaschine, wo wir auf den bestimmten Palettengrößen einfach ein sehr großes Portfolio an unseren Bauteilen fertigen können. In unserer Rahmen- und Gehäusefertigung haben wir jetzt mittlerweile 60 Maschinen von der Firma Starag Hackert stehen. Zehn weitere sind im Zulauf. Die entscheidende Größe für die Kunden ist tatsächlich die gesamte Betreuung des Bearbeitungsprozesses. Ob das das Bearbeitungsverfahren in der Maschine ist, ob das die Prozesse da rum sind, ob es das Thema ist Automation, Programmierung, Digitalisierung, all das können die Kunden hier bei uns anschauen. Sobald jemand spezifische Forderungen hat oder vielleicht was braucht, was es noch gar nicht gibt, wo es einfach um das Engineering geht, dann ist er bei uns an der richtigen Adresse. Wir bauen Maschinen in einem sehr breiten Spektrum. Von Palettengröße 400 bis Palettengröße 1800. Und da sind wir wirklich einzigartig. Die Technologie ändert sich, wie beim Handy. Es ist nicht Stillstand. Stillstand heißt ja Rückgang. Und deswegen, man lernt hier, obwohl man sagt, man hat genug, aber man lernt ständig dazu. Das ist nicht still. Das ist nicht still. Wir lassen uns ein Wartungsprozesses. Wir lassen uns wiederholfen. Vielen Dank.